Die Regeln des Mortal Kombat und überfiel das Erdenreich. Fast alle Verteidiger, gute Freunde, starben, wurden zu bösen, untoten Kriegern. Aber trotz allem hielten wir seine Invasion auf. Zur Strafe vernichteten ihn die Götterältesten. Wir dachten, der Albtraum sei endlich vorbei. Aber es zeigte sich, dass Shinnok alles beeinflusst hatte. Shaokans Invasion, seinen Tod. Alles Teil von Shinnoks Plan, dem Unterreich zu entkommen und den Krieg gegen die Götterältesten fortzusetzen. 3D-D Webmarsch Ziele direkt voraus. Bringen Sie sich schön, Herr. Mach ich doch immer. Wenn noch nie, mein... Major? Also gut, Sie haben die Koordinaten. Der hintere Waldrand. Von da aus nehmen wir das Portempel. Oh, ein wütender Götter hält es da mit seinen Teufeln. Götter, Portale, fliegende, blinde Typen mit magischen Schlechten, wenn wir Shinnok nicht bald aus Raiden Lebenskraft des Erdenreichs vergiften, den Jinsei. Und das werden wir verhindern. Erlaubt mitzumachen. Wir helfen uns Arsch, zurück ins Unterreich zu treten. Jetzt ist das Ding lang. Oh, du da ist da. Ich komme jetzt. Oh Oh Krass Dingo No Das Ende ist klar Ein bisschen voreilig, oder? Du musst genau die Krass Kör Da Achtung! Wir müssen zurück zum Heli. Sonja, raus mit dir! Das war unangenehm kalt. 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 Alles klar? Ja, uns geht's besser als den... Noch eine Sache für die Schinner... Das war unangenehm kalt. 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 Das war umarmenehm kalt. Der hat die Gen play in... Vielen Dank. Vielen Dank. Who is the guy? Jax. Nightwolf. Smoke is dead. Ich bin Edinburgh. Das ist deine letzte Mission. Der echte Jax würde sie nie schlagen. Ich bin. Danke dir und gute Nacht. Wir kriegen dich wie... Tja, nett, dir wiederzusehen. Sonja, das ist nicht er.